Herr Präsident, meine Damen und Herren, zurzeit fahndet die Polizei mit Fotos aus der Videoüberwachung nach mehreren Tätern, potenziellen Gewalttätern in Langwitz und sie hat in den letzten Jahren mit einer Reihe von Videobildern mit Fotos aus der Videoüberwachung Täter überführen können, die in den öffentlichen Bahnen Gewalttaten begangen haben. Und das ist das, meine Damen und Herren, was wir von Anfang an bei der Frage der Videoüberwachung immer gesagt haben. Wir müssen wissen, was sie kann und was sie nicht kann. Was die Videoüberwachung kann, ist im Zweifel Täter identifizieren zu können, Beweise liefern zu können für Gewalttaten auf Bahnhöfen zum Beispiel. Und solange sie das kann, und das ist erwiesen, dass sie das kann, dieses Instrument, solange kann man nicht einfach darüber hinweggehen und sagen, es bringt gar nichts. Wir wissen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass damit eine erhebliche Zahl von Tätern überführt werden konnte. Und deswegen ist das insofern ein sinnvolles Instrument. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Höfinghoff? Nein, ich muss den gesamten Gedankengang im Zusammenhang vortragen, sonst wird nicht deutlich, was wir dazu meinen. Denn die zweite Seite ist natürlich, dass man beschreiben muss, was Videoüberwachung nicht kann. Und selbstverständlich ist nicht messbar bisher, welche generalpräventive, sicherheitsschaffende, vorbeugende Wirkung die Videoüberwachung haben kann. Und wir haben sie deswegen auch nicht eingeführt. Das war nicht der Grund, warum wir das ausgeweitet haben, sondern einzig und allein die Frage der Repression und der Beweisführung. Und deswegen sind wir nach wie vor skeptisch bei der Behauptung, Videoüberwachung schafft mehr Prävention oder schafft mehr Sicherheit. Nein, Sicherheit schafft man durch Personal, durch Doppelstreifen, durch Präsenz vor Ort, durch Reaktion, tatsächlich in dieser Minute, wenn das denn möglich ist. Und das ist die eigentliche sicherheitserhöhende Maßnahme, die getroffen werden muss. Und deswegen nochmal, man muss sehr differenzieren, was man damit erreichen und was man nicht erreichen kann. Und das haben wir von Anfang an auch so gesehen. In diesem Antrag, den Sie vorlegen, verlangen Sie jetzt oder beantragen Sie jetzt ein Moratorium. Das heißt, bis eine längere Evaluation abgeschlossen ist, soll keine weitere Videoüberwachung stattfinden, keine Ausweitung stattfinden. Und das halten wir in der Tat für fahrlässig. Das kann man so strikt nicht machen. Wenn es eine Berechtigung gibt, wenn die Polizei sagt, wir können an einem bestimmten Ort durch Überwachung vielleicht leichter Täter überführen, müssen wir uns dieser Sache stellen und können sie nicht von vornherein ablehnen. Wir können darüber diskutieren, zum Beispiel, was wir am Alex machen. Allerdings muss man immer darüber gleichzeitig nachdenken und mitentscheiden, gleichzeitig mitentscheiden, dass dort Personal zur Erhöhung der tatsächlichen Sicherheit eingesetzt wird. Das wäre unverzichtbar, wenn man die Überwachung ausweiten will. In diesem Zusammenhang macht Videoüberwachung Sinn. Und deswegen werden wir Ihrem Antrag nicht folgen. Dankeschön.